Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe gesehen, es ist wieder Doppelstarcoins Wochenende und ich glaube, ich werde mir gleich welche holen, denn es gibt mega gute Angebote wie die rabattierten Pferde und ja, ich habe noch was entdeckt. Und zwar gibt es einen neuen Gutschein-Code und zwar mit dem Code Pony bekommt ihr diese wunderschönen blauen Gamaschen und ja, ich finde sie richtig, richtig schön. Ich löse einmal den Code ein und dann schauen wir uns sie gleich einmal im Spiel an. So ihr Lieben, ich habe jetzt eben am Briefkasten schon die Gamaschen abgeholt und wir haben sie jetzt auch schon hier. Sie haben leider keine Werte, aber ich finde sie richtig, richtig cool. Ich mag das. Die sind in so einem hellblau gehalten und ich zoome einmal ein bisschen näher, wenn das klappt und sie sind quasi wie die anderen, nur halt in einer anderen Farbe. So ist quasi für jeden was dabei. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also mit dem Gutschein-Code Pony bekommt ihr dann diese schönen Gamaschen. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye!